So, willkommen zurück zu Sultan Sanctuary. Ich bin immer noch nicht überzeugt von diesem Spiel, aber wir sind jetzt hier, wir haben ja zum Glück hier, äh, sind wir jetzt in der Nähe des Bosses. Warum ist denn jetzt eigentlich da oben? Rotgras. Was ist denn jetzt Rotgras? Ach, weil wir jetzt hier transmut... Gordon, weg hier, sonst fahre ich dir über den Fuß drüber. Mein Hund. Gut, äh, aber warum habe ich jetzt nur wieder nur drei? Das ist natürlich scheiße. Das heißt, ich brauche wieder... Das ist ja scheiße. Das heißt, ich bin jetzt wieder bei so einem, bei so einem anderen Fuzzi, ne? So, den lassen wir jetzt einfach stehen. Den auch. Wie geht's? Direkt zu Mad Alchemist. Das ist ja super. Können wir immer tryen. Das ist ja klasse. So. So. Machen wir nochmal Nahkampf ein bisschen. Ah, fuck. Okay. Keine Ahnung, was der machen soll. Schauen wir einfach mal. Aber den kriegen wir schon irgendwie. Der hat, glaube ich, nicht so viel AP. Ich muss, glaube ich, wirklich einfach massivs draufknüppeln. Da würden jetzt natürlich wieder so zehn Stärkepunkte helfen, ne? Aber gut. Was willst du machen? Ach, hier war ja zu. Muss ja andersrum. Muss ja andersrum. So. Jetzt sind wir schon mal ein Stück näher dran. Das ist doch, glaube ich, schon mal ganz gut. Die kann man weghauen. Oder auch nicht. Ich habe gedacht, die kann man weghauen. Naja, ich weiß ja, wieder den Mörder, den Dieb, beziehungsweise meinen Mörder und den Dieb meines Salses soll ich wieder töten und zurückholen. So. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Darum bin ich schon. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Das geht mir zu schnell. Ich kann das Spiel einfach nicht. Ich soll es einfach aufgeben. Aber ich kann nicht mehr machen, blocken und schlagen, ne? Das ist so crazy. Jetzt muss ich mal ein bisschen mehr ausweichen. Ah. Ich muss schon wieder auf den Kopf drauf. Echt? Wir schaffen den. Ich hab zwar noch keine Ahnung wie, aber wir schaffen den. Mann, Mann, Mann. Oh! Ah, jetzt hab ich wenigstens null Salz verloren. Das heißt, wir starten jetzt von neun. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass ich... Dass ich nur noch drei... Was macht der denn da? Jetzt hab ich wieder 40 Salz. Ich will den eigentlich mal gerne probieren. Das bringt mich ja definitiv um hier, ne? Kann ich das aufhalten? Nein, ich kann es nicht aufhalten. Ich hab's wohl einfach mal testen. Ich würd den gern mal so töten. Einfach um ein bisschen zu trainieren. Alles klar. Okay. Also wenn er da steht, hab ich eh keine Chance. Das heißt, ich muss erstmal oben drüber. So, ich bin halt einfach nicht der Gamepad-Spieler. Das muss man sagen. Bei sowas ruhigem wie zum Beispiel Unravel. Da hat das funktioniert, aber so. Komm mal hoch, Junge. Ach, was denn jetzt? Wieder Fallscherknopf. Ich drück immer Heilung statt Rollen oder Rollen statt Heilung. Jedes Mal, ne? Das ist sehr nervig. Mein Gold geht natürlich auch flöten, wenn ich hier so oft sterbe. Ich will den jetzt aber mal so schaffen. Einfach mal, um ein bisschen Taktik-Gefühl zu bekommen. Okay, das war jetzt wegen dem Gift. Das muss ich jetzt mal noch aushalten. Ey, ist ja nicht schwer, wenn er schlägt, durchrollen oder wenn er Gift macht, durchrollen. Und das war's dann, ne? Und dann von hinten schlagen. Ich hab' schon wieder Gift abbekommen. Oh. Ha. Da hat ich's Falsche ausgerüstet. Alter. Ist das ein Krampf? Ist das ein Krampf? Ganz ruhig. So. Jetzt machen wir den Blatt. Ich verspreche es euch. Ich muss das ja gar nicht machen. Ich will es einfach nur machen, um meine Fähigkeiten zu verbessern. Hm, das ist schlecht. Ich kann eigentlich das hier... Nee, ich nehm' das hier. Ich kann es einfach nicht. desto beleidigt kann es nicht. Ich bin viel zu... Ich muss... So. Ab sofort. Viel ruhiger. Und mit viel mehr... Wie nennt man das? Wenn man schon nicht mehr weiß, wie das heißt, ne? Ja. Wieso bin ich auch noch gedrückt? Ich hab' gedrückt und er ist nicht gerollt. Ich kann den nicht blocken. Wenn ich den blocke, dann mach ich voll mit Gift. Und wenn ich voll mit Gift will, bin ich instant tot. Jetzt hab' ich schon wieder Gift abbekommen. Das ist zum Kotzen. Soll ich das ahnen, wie das Gift da runter macht? Das ist doch Wahnsinn. Ich komm' nicht mal dazu, einen Heildrang zu drücken. Versteh' das Ganze nicht. Ja, mein Geld ist fast weg, ne? Da hab ich schon wieder Heildrang gebrückt. Ich glaub's, ne? Schon wieder Gift. Zack, tot. Unmöglich, das zu schaffen. Ich lass' es. Ich geh hoch zum Kleriker. Ich glaub, der ist leichter als dieser Arsch. Nein, ich will den jetzt schaffen. Darf doch nicht wahr sein. Nein, ichиться. Also mit dem Gift ist es einfach so fies, weil ich erkenne, das Gift kommt so schnell und ich muss eigentlich die ganze Zeit auf Rollen drücken, weil ich kann mich nur durch den Durchrollen anscheinend, wenn ich, ähm, wenn der irgendeine Aktion macht. So, komm her Junge, hier bin ich, hier bin ich. I don't understand. Ich will den schaffen. Ich hab schon wieder Gift abbekommen und bin tot. Mann! Das muss ja super spannend sein für euch. Also ich verstehe es für jeden, der hier dann ausschaltet, das ist einfach nur Kacke. Aber ich gebe nicht auf. Jetzt mal kurz auf Abstand. Bisschen auftanken. Oh-oh. Oh, fuck. Jetzt stehe ich wieder da unten, ne? Ich hab Gift abbekommen. Nein, 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 nein. Ah, natürlich, ganz nach runter. Warum noch nicht? Eigentlich nutze ich keinen Schild. Soll ich mal den zwei hin, dann nehmen? Guck mal, das ist auch eine viel kleinere Rolle, ne? Wenn ich in zwei Hände hab, mach ich eine viel größere Rolle. Wahrscheinlich, weil ich nicht so viel Gewicht hab. Kann das sein? Jetzt muss ich noch warten, bis das Viech da oben kommt, ne? Oh-oh-oh-oh. Unglaublich. War da jetzt noch so ein Viech? Ich hab schon wieder Gift. Das ist Wahnsinn. Endlich. So, wenn ich jetzt aber mich unten heilen gehe, ist der wieder da, ne? Wahrscheinlich ist der dann wieder da. Und? Ja, klar. Jetzt gehen wir mal zum Alchemist mit diesem Teil hier. Das ist total crazy. Ich komm gerade raus, also ich hab gerade diese Blitzdinger überlebt. Dann schmeißt der so ein Teil und das hüpft direkt auf mit, ich bin tot. Naja. Ich glaube, wir müssen mal hier stehen. Ich will mir das mal angucken. Schwirrt da jetzt noch so eine Fledermaus rum? Ich bin mal hier. Oh, ich bin mal hier. Fuck, fuck, fuck. Fuck, fuck, fuck. Scheiß, Fledermaus. Oh, was ist denn das? Wo kommt das jetzt her? Okay, das war schon besser. Also ein bisschen Abstand halten ist schon besser. Also dieser eine Mensch, der am Anfang geschrieben hat hier, Versuch verrückten Nahkampf. Ja? Dem gleich mal eins auf die zwölf geben. Jetzt wollte ich sie noch töten. Ich bin ja junger. Ich bin ja junger. Missfarbe. Ich bin ja junger. Ich bin ja jung. Ich bin ja junger. Und die Marmel ist Blatt. Nein, zu spät. Scheiße. Gut, wir tönen ins nächste Mal. Bye-bye.